Hallo zusammen, ich habe hier ein Opel Vivaro und wir schauen uns das Teil an, wir haben Spannungsprobleme. Das ist ein Transcooler, ein Transcooler 8 TK, ein älteres Modell, das Ding ist schon im Vorgängerauto gelaufen und dieser braucht um die 30 Ampere. Dieses Auto hat original eine 70 Amperestunden Batterie drin, die aber nicht mal voll geladen wird, sondern nur zur Hälfte. Wir können also diesen Transcooler praktisch nur betreiben, wenn das Fahrzeug läuft, wenn der Motor läuft. Wenn das Fahrzeug losgeht, geht auch der Motor aus. Wir können nicht eine zweite Batterie daneben setzen, sondern wir müssen Trennröhne machen, könnt ihr vergessen Trennröhne, wir müssen Ladebooster dazwischen setzen. Wir haben einfach Probleme mit Entspannungen dieser neuen Fahrzeuge, weil wir hier vernünftige Kühlferdenschränke reinmachen, die eigentlich ein Kühlfahrzeug ersetzen. Der Kunde sagt, ich brauche es nur während dem Fahren, dann fährt er auch wirklich lange Strecken, 10 Minuten, 20 Minuten geht das, dann geht der Kühl aus. Bei 230 Volt auch kein Problem. Aber wenn ich stehe, 10 Minuten ist die Batterie schon leer, die ist schon leer, wenn man ankommt. Also die heutigen Fahrzeuge laden keine Batterien mehr und das ist ein Riesenproblem. Es wird einfach teuer, sobald wir eine zweite Batterie einsetzen, Ladebooster einsetzen. Wir haben jetzt hier 16 Quadrat Kabel von vorne nach hinten gezogen und sobald der Motor aus ist, 25 Ampere rausziehen und geht nicht mehr. Unser Transcooler schaltet ab. Das ist aktuell richtig scheiße. Der Transcooler hat jetzt minus 20 Grad. Der sieht so aus. Wir bringen hier Kisten rein, 8 Stück. Das ist auch der Transcooler 8. Von dem her die Größe. Ich verlinke euch das unten dran und wir haben ein Nachfolgemodell. Das ist nicht in Chromstahl. Das verlinke ich euch hier oben. Der 820er. Der ist gleich. Seht ihr ein Video von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag.